So, auch wenn ich Koks in jeder Farbe habe. Ja, jetzt mach. Ja, hier, du siehst meine beiden Finger, sie könnten beide Mittelfinger sein. Ja, und dann? Und dann wäre meine Aussage noch klarer als genug. Und dann steckst du die richtig hinten rein. Ich verstehe schon. Eigentlich sollte man sich den Daumen abnehmen lassen, nur damit man zwei Mittelfinger hat. Ja, überleg doch mal. Ich meine, auf den Daumen lässt sich zwar schwer verzichten, aber es hätte schon was, zwei Mittelfinger zu haben. Ich bin auf jeden Fall von der anderen Seite angegangen. Man kann sich aber auch einfach den zweiten Mittelfinger implantieren. Du kannst ja auch den kleinen Finger rausnehmen, weil die zwei Finger sind sogar noch leichter zu schauen. Tja, naja, ja, sicher. Es ist halt eine ästhetische Frage, finde ich. Wie mein Schlusswort? Die Batterie ist nämlich so gut wie alle. Jo, mega. Ach, du nimmst dann seit Stunden auf, oder? Ja, ja, Batterie ist so gut wie alle. Du bist im Forum versunken. Du bist im Forum versunken. Ja, da du es liebst. Brauchst du einen speziellen Anreiz, um das Fenster irgendwie lustig lässiger zu gestalten? Boah, toll. Na, mein Schlusswort habe ich da allein eingeführt. Schlusswort Nasen. Oh Mann, ich habe ja hier wirklich mit Jahren den beschissensten Platz von allen bekommen, ja. Ich liege, glaube ich, nicht mal auf der Deckliste. Das ist halt ein sauerklasse Gerücht. Ja, jetzt weißt du halt auch mal, wie es mir immer bei dir geht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so assig ist, wie es da auf dem Untergrund für die Arsche lebt. Ach ja, also zu spät ist nicht zu spät. Warum, was? Tja. Tja. Tja.